Ich bin gespannt! Oh, Regen, hör auf, ey! So, wollen wir mal! Ja! Juhu! Die macht die Bremsen ja später raus, ne? Ja! Wenn der oben rüber geht, der steigt! Boah! Boah! Hör mal, ist dein Ding zu? Ne, ja! Meins nicht! Macht er zu! Wie denn? Oh, ich bin doch nicht dran! Geht nicht! Geht nicht zu! Juhu! Was eine Aussicht! Boah, Bremse drin! Boah! Leco mio am Popo! Ne, ist klar! Aber es ist das Kinderkarussell, deine Ecke, ne? Neben der Achterbahn! Boah! Alter! Es peitscht im Gesicht so ein bisschen, erregend! So ein bisschen! Und ich muss hier mal ein Band fester halten! Sonst hab ich das gleich im Gesicht hängen! Boah! Juhu! Boah! Geil, wa? Ja, ist schon! Oh! 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 Jetzt bleiben wir stehen oben, ne? Oder auch nicht! Oh! Woh! Oh! 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 Woh! Oh! Wih! Jetzt fängt es aber an zu schütteln nochmal! Nein, es ist klar! los Nööööö Geil, irgendeine Eier da drin sind Guck mal Ich hab ein Spielzeug. Guck mal, die Bungee Kugel ist das höchste auf dem Platz. Der Booster ist, glaube ich, höher. Das ist so ein bisschen eklig, so zu hängen. Jetzt können wir gerne auffallen, jetzt fängt man an zu pissen. Ich glaube, das ist sogar Hagel oder Graupel oder so. Mit Stückchen. Ende. War geil, oder? Bis auf, dass ich hier meinen Anschnaller in der Hand hab. Ab. Eben über Unterstellen, wie ich sagen, oder? Hä? Unterstellen. Ja. Boah. Hier muss man eben hier von den Masken fotografieren. Wenn wir schütteln wollen. Der Modell ist ja geil, glaube ich. Oben. Genau. Ciao. Chai. Ich vöre.